Hast du die Halbzeit? Ja. Also, ja. Ich bin eigentlich ein bisschen stärker in der Mannschaft allgemein erwartet, aber ich bin eigentlich relativ zufrieden. Sie kommen viel über die Seite, aber ich denke, es kommt gut, wenn sie so weiterspielen und dranbleiben und die Chancen dann noch verwerten, was sie haben. Und mein Fazit? Ja, mein Fazit ist, die Schweizerinnen haben eigentlich gut gespielt. Wenn sie alle ihre Chancen genutzt hätten, hättest du locker schon zwei, drei Goal mehr. Aber das macht sicher in der zweiten Halbzeit besser und dann kommt man schon gut. Fanzone hier in der alten Heimatfront. Du, wir haben eine gute Stimmung. Wir hätten gerne auch ein bisschen mehr Leute gehabt, aber das stimmt auch. Jetzt müssen wir den letzten Schwenk über das Publikum.